Willkommen zum neuen Let's Test, ja, das ist ein Let's Test, ähm, wie ihr seht, For Honor, ähm, ist die Beta, wie ihr unten rechts sehen könnt, und, ja, Skuldo und ich probieren es einmal ein bisschen aus, wir haben gerade ein bisschen eins gegen eins gemacht, er hat ihn voll fertig gemacht, und, aber jetzt werden wir richtig fertig gemacht von der anderen, ja, ich glaub's auch, naja, schauen wir mal, ob das ein bisschen besser läuft, wie bei Rainbow Six Siege, ähm, naja, 4 gegen 4, das, also, das haben wir jetzt auch gar nicht gespielt, Level 10, 6, 12 und 6, und wir, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ah, das ist doch wieder, ja, ich weiß nicht, Ein Ladebildschirm ist auch wieder relativ lang, ja, ja, klar, ist ziemlich lang, ja, naja, und auf alle Fälle, ähm, Ja, wir probieren das jetzt mal in der Beta, und dann kommt's drauf an, wie uns das gefällt, ob wir's kaufen oder nicht, und, ähm, jetzt wird's schon los. Wir versuchen mal zusammen zu bleiben. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, unbedingt zusammenbleiben. Äh, Whisky. Wir rennen zu A, wir rennen zu A, komm. Läufst du da gerade nach oben? Ja. Kennen wir hier keiner, ich kenn mich ja nicht aus. Ja, ich auch nicht. Wir haben auch noch nie diesen Spielmodus, wie gesagt, wir haben das Einzige, was wir bis jetzt gespielt haben. Nehmen wir doch schon mal schnell B ein. Nein, wir wollten noch zusammenbleiben, jetzt bist du schon wieder woanders. Gut, dann komm ich mit noch oben her, weil B doch nicht. Oh, 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 was, das ist ein Gegner? Ich hab, ich helf dir. Oh, komm, den machen wir fertig. Oh, shit, Alter. Komm schon, den machen wir zusammen, fertig, komm mal. Warm, 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 und. Ja, voll. Ja, voll. Oh, kann man sich Teamschaden machen? Ja, aber kann man den irgendwie töten oder so? Haha, wir können, wir haben es geschafft. Okay, so eine A eingenommen, sehr schön. Ist immer gut, da ist ein Gegner. Wow, 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 wow. Der Tote, komm. Alter, irgendwie leckt es die Krabbe in mir rum. Ja, weil es viele sind. Ja, ach ja, ausweichen gibt es ja auch noch. Ja. Wie geht denn das ausweichen? Alter, ich erwisch den nicht. Ich auch nicht. Wenn wir beide nicht erwischen, warum hat das so wenig Kläden, man? Level aufgestiegen. Wollen wir einfach A verteidigen? Ja, ja, wir bleiben jetzt hier. Weil wir haben ja alles. Da kommt er, der nächste. Ich glaub, das ist der gleiche, kann das sein. Nein, der lockt uns da hin, komm, komm zurück. Komm zurück, hier haben wir Platz zu kämpfen. Komm zu uns. Der wartet auf seinen Kollegen, kann das sein. Der will uns da hinlocken. Komm, wir gehen da nicht hin. Wir, 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 siehst du? Das warst du klar? Wir wollen uns da hinlocken, weil wir da nicht zusammen kämpfen können. Weil das da zu eng ist, weißt du? Der hätte uns nacheinander fertig machen können. Den da unten würde ich gerne wiederbeleben. Kann man hier runterspringen, so kann man nicht. Muss ich die Leiter nehmen. Ich würde den gerne wiederbeleben. Scheiße, hier ist die Leiter weg. Da ist noch die Leiter. Ach, da ist die Leiter. Alter, da sind zu viele. Ich komm schon runter. Ich helf mit. Ach du Scheiße. Da sind zu viele Gegner. Wow, shit. Nein, ich kämpfe wieder. Nein, ich kämpfe wieder gegen zwei. Ich komm nicht mal weg. Ich kann nicht mal weglaufen. Zone C eingenommen. Ich bin bei C. Wow, Alter, ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben oder so? Ja. Pass auf, das sind aber auch zwei Gegner sind da. Zone A verloren. Aber gut, jetzt könnte ich das vielleicht schaffen. Jetzt ist es da. Komm, schauen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin wiederbelebt. Nein, scheiße. Zeit habe ich noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ich komm noch mal. Nein, das kann es doch nicht sein. Nein, nein, nein. Sorry, das... Ich versuche ihn einfach mal zu killen jetzt. Oh nein, und es... Ich bin gleich tot. Und ich bin tot. Ja, ich konnte nichts machen. Ich laufe zu A hoch. Wir müssen zusammenbleiben. Das hat so viel besser funktioniert. Wir haben uns einmal getrennt. Da war ich sofort tot, weil zwei von denen bei mir waren. Ja, da waren jetzt zwei, drei Gegner. Ey, ich habe keine Chance da ringen, wüsste mal. Ich versuche, den einen zuwider zu belegen. Scheiße, nein. Ich wollte... Wieder, nein. Nicht schon... Wer kommt der jetzt her? Ja, jetzt bin ich... Ah, fuck. Ja, das Gegner-Team macht uns voll Blatt. Alter, keine Chance, wenn die zu zweit sind. Du bist instant tot. Ich habe... Ich wollte jetzt nur zu dir rennen. Lol. Komm schon. Zone A eingenommen. Zone C verloren. Wo bist du? Bin bei B oben. B? C? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. B oben? Bin bei B, glaube ich. Ne, bei A oder ich weiß nicht. A. Ich bin A. Ich komme zu A, okay. Kann ich den irgendwie killen? Leute, hier leckt einer. Och ne. Der blockiert uns so leite. Der blockiert... Ach so, ich habe es schon eingenommen. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin da. Komm schon. Ja, hat er uns beide gerade geblockt? Ja. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Jawohl. Sehr gut. So, zu zweit ist viel schöner. Wenn wir zu zweit bleiben, ist machbar. Wir dürfen uns echt nicht einmal trennen. Nicht mal so, ich muss mal kurz, ne. Wenn wir ihn wiederbeleben wollen, oder so zu zweit unbedingt. Bleib einfach auf diese Treppe, bitte jetzt auf der Leiter einfach da. Ja, ich glaube, der ist fest. Ja. Ne, egal. Sollen wir irgendwas anders versuchen, reinzunehmen? Ja, warten wir mal B. Wo ist denn da? Die Leiter, da ist die Leiter. Langsam, vor... Erst wenn ich unten bin. Oh shit. Hier ist einer. Brauch Hilfe. Ja, ich bin da. Ah, der rennt wieder weg. Der weiß, der weiß, wie es geht. Achtung! Ach, da gibt's Ausdauer, sehe ich gerade. Ja. Ich bin tot. Wo? Ach, scheiße. Warte, vielleicht schaffe ich es, es zu wieder zu belegen. Ja, ich bin einfach am Boden. Ja. Wie geht denn das mit Leer... Mit was mach ich denn das? Mit E, mit E kann es wieder belegen. Jawohl. Oh, shit. Jawohl. Sehr gut. Alter, hör, 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 hör auf. So eine A verloren. Orange ist unser Team. Ja, ich weiß nicht. Wow. Ah, doch, wo geht's? Warte, wir haben uns wieder getrennt, wir haben uns wieder getrennt. Warum läuft's wieder weg? Ich bin doch bei B. Ach so. Ich hab da eigentlich gerade versucht, ich lauf zu A. Oh nein, der lauf jetzt nicht. Jetzt bin ich wieder alleine bei B. Und kämpft wieder gegen zwei, drei. Da haben wir tot. Nicht, ich lauf schnell zu A. Das haben wir doch gesagt. Das wird das noch nicht machen. Wir müssen vorher... Ich bin weg. Auf einmal... Ach, Mann, ey. Ach, unser Team irgendwie. Wir dürfen uns nicht trennen. Auf gar keinen Fall. Nicht mal aus Versehen. Wir müssen vorher... Wir bleiben immer an der Stelle und dann... Hey, wollen wir vielleicht gleich zu A. Und dann erst, wenn der andere sagt, ja, komm, lass uns gehen, dann können wir so gehen. Und nicht so, ich renne mal zu A hoch und dann ist der andere schon längst auf der Treppe. Ja, und dann hast du gesagt, ich bin doch bei B. Und ich so, ach so. Naja, ich tue jetzt schnell überspringen. Was, was macht der mit mir? Du bist jetzt drin. Bei B. Äh, ja, doch, ich bin unten. Wie geht denn das? Rollen? Ich weiß schon, was ist denn da? Auf Schwer-Taste. Ach so. Ich versuche hier ein bisschen, es aufzuräumen. Du musst mir helfen, mal gegen dich. Ich bin schon dabei. Ich bin noch ein Hilfster hier. Ja, ich hatte... Jawoll, schön. Das wird jetzt gekillt. Wow, das... Wow. Ach, das sieht einer. Ja. Den holen wir uns, komm. Hab ihn. Tötte ihre Helden her. Alter, wir gewinnen hier. Oder? Wow, ich habe kaum Leben noch. Ich laufe, ich laufe noch nach rechts. Ja, ich laufe auch noch hinten. Komm, wir sind so sporen. Der läuft hier hinterher. Oh, Alter. Oh, der andere hilft uns. Sehr schön. Dann helfe ich ihm auch. Den ficken wir weg mal. Komm schon. Komm schon. Woll halt mal hin. Ich krieg den nicht. Jetzt. Ja, einer ist weg. Oh, da ist noch einer. Oder? Nee. Und wollen wir erstmal warten, bis die zwei stehen. Ah ja, noch einen. Einen noch. Ich habe noch kaum Leben. Ich muss mich regeln. Warte, warte, komm. Ja. Jawohl. Wie? Ja, richtig nice. Geil. Netz. Dass wir das noch gewonnen haben jetzt. Geil, hätte ich das gedacht. Jam. Boiter. Belohnung. Ah, ich habe einen neuen Schild bekommen. Ich habe irgendwie einen neuen Prustpanzer bekommen. Ja, das war doch eine sehr intensive Runde. Für unsere erste Runde nicht mal so. Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich glaube, dort ist echt das Geheimnis. Teamplay. Ja, zusammenbleiben. Teamplay. Unbedingt. Sauwichtig. Ja. Aber die anderen weichen echt gut aus und du kommst einfach nicht hinterher, weißt du? Das ist das Problem. Ja, stimmt. Die rollen einfach weg und dann sind sie weg. Na gut, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Und jetzt müsste ich vielleicht noch bei einer zweiten Folge. Genau. Vielleicht. Ciao. Ciao.